Hallo ihr Lieben, irgendwie ist mir danach mal wieder ein bisschen mit euch zu quatschen und zwar über ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt, wo du jetzt wahrscheinlich denkst, oh Gott ja, schon wieder dieses blöde Thema, inneres Kind. Ausgelöst dadurch, dass ich gerade eine Meldung bekommen habe von jemandem, mit dem ich gerne zusammenarbeite in Zürich, irgendwie die Züricher Zeitung. Ja, das innere Kind, da begibt man sich immer so aufs Opfer und man kann ja nicht alles auf seine Kindheit schieben. Ja, und genau darum geht es in der inneren Kindarbeit und ich nenne das Video auch Engel haben innere Kinder. Warum nenne ich das Video so? Als ich angefangen habe, diese Lichtarbeit zu machen, ich nenne es übrigens deshalb ausdrücklich und bewusst Lichtarbeit, nicht im Gegensatz zu Dunkelarbeit oder im Gegensatz zu irgendwas, sondern ich bin ein großer Fan und eine Schülerin von Rhea Powers. In den 90ern hat Rhea Powers ein Buch geschrieben, Aufruf an die Lichtarbeiter und Reinkarnation und noch eins, was ich auch sehr geliebt habe, Zeit zur Freude. Und dieses Aufruf an die Lichtarbeiter, da geht es um Clearings. Das war 1992, 1993. Da habe ich Clearings gelernt, habe mich mit Clearings beschäftigt, habe dann ihr Buch Reinkarnation gelesen und habe gedacht, das sind die Werkzeuge. Also natürlich nicht nur, aber wenn man diese Werkzeuge nicht beherrscht, dann kommt man nicht weit. Und weil sie immer noch das Wort Lichtarbeiter benutzt, benutze ich das auch ihr zu ehren. Und das ist mir dann auch völlig egal, wie das klingt und ich diskutiere da auch nicht drüber. Und Lichtarbeiter bedeutet nicht, dass du ein Business hast, dass du dein Geld damit verdienst. Es bedeutet einfach, dass du bewusst mit den Lichtfrequenzen da wirksam bist, wo du eben gerade gebraucht wirst. Da musst du keinen Cent mit verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Bei mir war es dann irgendwann so, ich bin ausgebildete Physiotherapeutin und mich hat es so gerufen, diese Lichtarbeit. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht als psychologische Beraterin in der Paracelsus Heilpraktikerschule in Frankfurt. Das war dann auch so 93 oder irgendwas, 94. Ich habe die Prüfung nicht gemacht, weil ich sowieso ein Staatsexamen als Krankengymnastin habe. Und ich dachte mir, das reicht als Legitimation. Ich will sowieso nicht als Heilpraktikerin arbeiten. Aber mich hat sehr, sehr interessiert eben die psychotherapeutische Ausbildung. Und dann kam ich über eine eigene Not, über die Scheidung meiner Eltern, über eine Fresssucht. Ich möchte es so sagen, weil meine Güte, ja, was soll man da rum beschönigen, kam ich an meine allererste, wie hieß das? Spannend. Spannend. Vielleicht ist es gerade überhaupt gar nicht wichtig. Es ist gerade überhaupt nicht wichtig. Sonst hätte ich es, sonst wüsste ich es. Ich war dann aber bei einer großartigen Therapeutin, weil ich gespürt habe, ich komme mit meinem Essen nicht klar. Ich esse einfach immer zu viel. Und da kam ich auf mein eigenes inneres Kind, das war auch so 93 oder irgendwas, und war berührt, beeindruckt davon, wie deutlich die kleine Susi spürbar ist, was sie für eine andere Energie auch hat, als ich in meinem Alltagsbewusstsein und entsetzt darüber, wie es der geht. Also entsetzt. Ich habe in einem wunderschönen, super tollen Seminar zum ersten Mal wirklich ganz bewusst mein inneres Kind gesehen. Also wir haben ja viele die Kleine gesehen und die hat sich nur von hinten gezeigt, war grau. Ich sehe das Bild heute noch, war wie in so einem abgeschlossenen Raum einfach weggesperrt. Klar, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich fünf war. Dadurch habe ich den Kontakt zu meiner Mutter zwar nicht verloren, ich war dann alle zwei Wochen da, aber wenn du mit fünf alle zwei Wochen nur bei deiner Mutter bist, das ist keine gute Idee. Und so fing ich an zu spüren, ja, ich kann noch so eine tolle Lichtarbeit machen, mich mit ganz hohen Ebenen verbinden. Der Engelsein, der ich bin, das Engelsein, das möchte ich euch auch erklären. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ein Buch gelesen an die Sterngeborenen von Solara, auch so in den 90ern, ja, von Solara an die Sterngeborenen. Hab das gelesen und auf einmal hat es in mir so Klick gemacht. Und ich habe gespürt, ja, ich habe definitiv das, was man einen Engelauftrag nennt. Engel, Angelus oder Angulus, Botschafter. Botschafter, Engel. Engel zu sein ist nicht irgendwie, wow, wir sind so toll, wir glitzern. Engel zu sein ist eine Berufsbezeichnung, eine Bestimmungsbezeichnung. Ein Engel hat ganz, ganz klare Aufgaben, nämlich Botschaften der höheren Sphären in die bewusstseinsmäßig niedrigeren Sphären zu bringen. Das ist die Aufgabe eines Engels. Das ist nicht, dass man irgendwie hochheilig ist, sondern das heißt, man hat einen Job, ja. Und ob du ein Engel bist oder daran erkennst du einfach, ob du dich in dieser Engel-Energie zu Hause fühlst und die Engel-Energie, die ich spüre, beschreibt einfach mein Innenwesen. Das heißt nicht, ich bin ein Engel, Leute, ihr müsst mich jetzt irgendwie oder, ne. Das heißt, ich habe hier was zu tun, ja. Ob ich damit wiederum Geld verdiene oder nicht, ist eine andere Frage. Ich habe dann irgendwann entschieden, okay, oder es war keine Entscheidung, wie das ist mit den Berufungen, das entscheidet man nicht. Ich habe in den 90ern extrem viel Ausbildung gemacht, extrem viel eigene Therapie gemacht und bin dann, habe dann auch angefangen zu schreiben, Romane und bin dann 1998 in großer Not endlich in die Zwölf-Schritte-Gruppen gekommen. Ich kannte die Zwölf-Schritte-Gruppen schon. Ich habe in Berlin gewohnt von 1984 bis 1986, habe dort meine Ausbildung als Physiotherapeutin mit Staatsexamen gemacht und kam da mit einer trockenen Alkoholikerin, die ich kennengelernt hatte, die sagte, wow, komm doch mal mit ins Zwölf-Schritte-Programm. Da war ich 19, 20, also noch hochmütig bis zum geht nicht mehr, ja, also bis zum geht nicht mehr, wusste genau, was richtig ist und was nicht und bin dann mal mit in die Zwölf-Schritte-Gruppen gegangen, ja. Das ist was für Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, habe ich gedacht. Und das stimmt. Das ist nämlich der erste Satz. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Naja, saufen tue ich nicht, essen schon, ja. Das heißt, ich habe dann wirklich irgendwann, irgendwann endlich, endlich, endlich kapiert, geh bitte zu den Overeaters Anonymous, geh bitte, bitte, bitte in die Gruppe, hock dich einfach da hin und sag laut und deutlich, ich bin Susanne, ich bin esssüchtig und ich kann mein Leben nicht mehr meistern, weil der erste Schritt so lautet. Wir gaben zu, dass wir süchtig waren, dass wir esssüchtig sind, dass wir unser Essen nicht kontrollieren können und unser Leben nicht meistern können. Heißt, mein Leben kreiste darum, was ich esse und was ich nicht esse und die Scham darüber, zu dick zu sein, die Freude darüber, das gerade mal nicht zu sein, immer die Angst, man könnte es sehen und wenn man es sieht, dann bin ich ja nicht mehr gut genug und wenn ich nicht mehr gut genug bin, dann kann ich hier erzählen, was ich will, dann glaubt es mir sowieso keiner. Also eine üble, üble, üble Schleife. So, und in diesen zwölf Schritten gibt es den zweiten Schritt, der heißt, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht höher als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Und dann der dritte Schritt, wir haben oder wir fasten den Entschluss, unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. So, und dann hatte ich ein Problem. Ich habe ja schon Lichtarbeit gemacht, ich habe mir schon sehr, super spirituell, super esoterisch. Ich war in den 90ern so spirituell und so empfindlich, dass ich zum Teil nicht mal mehr einkaufen gehen konnte, was also wirklich nicht besonders hilfreich ist. Und dann musste ich meine Beziehung zu einer höheren Macht, zu meiner höheren Macht mal ganz neu definieren, auf ganz neue Füße stellen. Und da kam ich zur Arbeit mit dem inneren Kind. Ich habe nämlich gespürt, dass ein großer emotionaler Anteil in mir durch die Lichtarbeit nicht befriedet wird. Deshalb, auch Engel haben innere Kinder. Ich bin ein, also von meiner geistigen Heimat, natürlich habe ich noch andere Ebenen, bin ich sehr engelhaft. Und gleichzeitig bin ich aber ein total emotionaler Mensch, der ganz und gar nicht engelhaft ist, was immer das bedeutet. Oder eben doch engelhaft, weil er hier auf der Erde versucht, seinen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig bin ich aber eben auch ein sehr, sehr emotionaler, fühlender Mensch. Ich bin auch noch Fischerast in den Krebs. Das Fühlen ist auf meinem Portfolio, das steht in meiner Vita, das steht auf meiner Jobbeschreibung hier auf der Erde, das ist in meinem Horoskop gestempelt. Das heißt, ich muss mich mit Gefühlen befassen. Und das innere Kind in uns findet in einem anderen Gehirnteil statt, als die Lichtarbeit. Im limbischen System. Das limbische System ist das sogenannte Emotionalhirn. Und wenn du geboren wirst, auf die Erde kommst, dann bist du mit deinem Bewusstsein in allererster Linie in deinem limbischen System. Und das bedeutet vor allem, du bist mit deinem Bewusstsein im Unbewussten. Du bist, wenn du geboren wirst, noch kein bewusstes Wesen. Du weißt ganz viel, du bist schon ein spirituelles Wesen. Das nutzt dir aber gar nichts. Du erlebst dich, wenn du geboren wirst, als emotionales, vollkommen abhängiges Wesen, das starke körperliche Bedürfnisse hat und sehr, 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 sehr schnell in Schwierigkeiten kommt, wenn es niemanden gibt, der dich sieht, hört, wahrnimmt, dir Sicherheit gibt und dich versorgt. Und das, was daraus entsteht, an emotionalen Erfahrungen, das bezeichne ich oder bezeichnen wir als das innere Kind. Und das lässt sich durch die geistige, spirituelle Lichtkraft nicht vollumfänglich befrieden. Warum nicht? Weil es emotionale Sicherheit braucht. Dem inneren Kind, ich kriege öfter mal, ja, wenn du nur genügend lichtvoll bist, dann spielt das alles gar keine Rolle. Das ist total wahr und bringt uns in große Schwierigkeiten. Denn ganz viele von uns sind deshalb in Not und in Schwierigkeiten, weil wir nicht verstehen, dass wir auf der menschlichen Ebene was anderes brauchen als auf der Licht-Ebene. Die Licht-Ebene, die Engel-Ebene, die Sternen-Ebene, die göttliche Ebene, heilt nicht die emotionalen Erfahrungen des inneren Kindes. Warum nicht? Weil es da hinten im limbischen System gar nicht ankommt. Die Lichterfahrungen kommen hier vorne in der präfrontalen Kortex an. Der präfrontale Kortex ist aber nur ganz wenig verbunden mit dem limbischen System und schon gar nicht von vorne nach hinten, eher noch von hinten nach vorne. Dazu kommt, dass das limbische System entwicklungsgeschichtlich weitaus stärker ist als der präfrontale Kortex. Das heißt, bei Stress springt der ganz schnell an und schaltet dann sogar hier vorne das Bewusstsein aus. Deshalb ist die innere Kindarbeit so unendlich wichtig, weil wir dadurch lernen, bewusst zwischen den Gehirnteilen hin und her zu schalten. Und wir lernen bewusst, das limbische System zu befrieden, die Amygdala zu befrieden, damit wir in Stresssituationen in der präfrontalen Kortex weiterhin aktiv bleiben können. Damit wir unsere Lichtkraft einfließen lassen können in alles, ist es unglaublich wichtig, dass wir nicht unbewusst immer wieder ins innere Kind rutschen. Woran merkst du das? Du bist überemotional. Du bist handlungsunfähig. Du traust dich nicht zu sagen, wer du bist und was du willst. Du traust dich nicht, Entscheidungen zu treffen. Du traust dich nicht, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, für dein irdisches, physisches Leben. Das erlebe ich gerade bei Lichtarbeitern, also bei vielen anderen auch, aber gerade auch bei Lichtarbeitern und Lichtarbeiterinnen sehr, sehr häufig, dass wir das Gefühl haben, wir sind doch lichtvolle Wesen. Warum ist es denn hier auf der Erde so schwer, so blöd? Warum haben wir kein Geld? Warum werden wir nicht gesehen? Und diese Fragen sind alles innere Kindfragen. Das ist nämlich die Frage des kleinen Kindes in uns. Warum werde ich denn nicht gesehen? Warum sieht mich denn keiner? Warum gibt mir denn keiner, was ich brauche? Wir sind jetzt aber groß und erwachsen und es ist unsere Aufgabe, gerade als die, die die Lichtwelten verkörpern, was wir alle tun. Ich meine jetzt, die bewusst dafür angetreten sind, die Lichtwelten hier auf Erden zu verkörpern, bewusst. Gerade für uns ist es extrem wichtig, dass wir das Menschsein meistern. Warum? Weil wir den Himmel nur dann auf die Erde bringen können, wenn wir auf der Erde sind. Und auf der Erde zu sein heißt nicht, du lässt mal fünf bis sieben Lichtwurzeln oder Erdwurzeln wachsen, damit du dich ein bisschen hier auf der Erde spürst. Auf der Erde sein heißt, du übernimmst die volle Verantwortung für dich als der Mensch, der du bist, für deine Versorgung, für das, was du willst, für das, was du brauchst, vollumfänglich für dich in deiner Existenz. Was immer das bedeutet. Das bedeutet zum Beispiel auch mit den sozialen Medien umzugehen und für dich eine Entscheidung zu treffen. Will ich das? Will ich das nicht? Ich habe das Video gemacht für Engel, die die Schnauze voll haben und habe da sehr, sehr viele Kommentare bekommen, die ich alle zutiefst verstanden habe. So habe ich es aber nicht gemeint. Und damit meine ich, ich halte es nicht für schädlich und schofel, Geld mit dem zu verdienen, was wir tun. Ich verteufle auch nicht die sozialen Medien. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das bedeutet zu sagen, ich mache nur so mit, wie es für mich stimmig ist. Ich bleibe energetisch, wenn wir uns hier mal ein Medizinrad vorstellen. Feuer, Tatkraft, Erde, Körper, innere Frau, deine Ressourcen, Wasser, Emotionen, innerer Frieden, aber auch inneres Kind. Hier oben Luft, Inspiration, klare, gute Gedanken, Vernunft, Entscheidungen treffen, Verantwortung. Und hier deine Mitte. Und hier die Mitte. Unsere Aufgabe, Engel, ist es, das hier zu meistern. Aus der Mitte heraus, das hier alles zu meistern und nicht Angst davor zu haben oder uns von außen antreiben zu lassen. Soziale Medien zum Beispiel treibt uns hier im Feuer an, treibt uns in der Luft an und kommt letzten Endes aus den Emotionen, weil wir Angst haben, wenn wir nicht genügend tun, sind wir nicht versorgt. Wir aber arbeiten aus der Mitte. Das hier sind unsere Werkzeuge. Und wir lassen uns nicht von außen hier pushen und antreiben. Du musst, du sollst, bla bla bla. Wir müssen gar nichts. Wir müssen das, was unsere Mitte sagt. Das müssen wir. Ich muss der Engel sein, der ich bin. Muss bedeutet im Sinne von, es ist mein Auftrag. Ich kann nicht anders. Und nochmal mit Engel sein meine ich, ich bin hier auf der Erde, um höhere Sphären zugänglich zu machen. Ob mir das gelingt oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber es ist meine Aufgabe. Und das mache ich. Und da ringe ich oft auch drum. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben über das innere Glückskind, über den Aspekt in uns, der ungetrennt ist von allem und aber eben kein Lichtwesen ist, sondern ein inneres Kind. Heißt, ein emotionales, physisches, handelndes, menschliches Wesen und gleichzeitig ungetrennt. Und habe da in so verschiedenen Sequenzen, habe da gestern zum Beispiel was darüber geschrieben über Gebete und hatte dann die Aufgabe, innerhalb von 5300 Zeichen darüber zu sprechen, wie ist denn deine Beziehung zu Gott? Wie kann dir das innere Glückskind dabei helfen? Wie können wir das klären? Wie können wir das reinigen? Das ist eine große Aufgabe, die ich mir da selber gestellt habe. Und das habe ich gemerkt. Wow, ja. Ich meine das tiefernst, dass ich himmlische Sphären, Bewusstseinsräume den Menschen zugänglich machen möchte. Ich meine das tiefernst. Und jetzt komme ich den Bogen zur Krankengymnastik, mit der ich mein Geld verdient habe. Irgendwann habe ich gemerkt, mir reicht die Zeit nicht. Und das, womit ich mich bei der Physiotherapie befassen muss, nämlich mit der Schulmedizin in Bezug auf physische Krankheiten, senkt meine Energie und ich kann nicht das tun, wozu ich wirklich da bin. Also habe ich mich noch inniger mit dem inneren Kind befasst und habe gespürt, da ist meine, ich will es nicht meine Berufung nennen. Es ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist wirklich höhere Bewusstseinsebenen zugänglich zu machen. Nur, da steht immer in der Tür das innere Kind und sagt, wenn du mich nicht siehst, kommst du nicht weiter. Warum nicht? Weil die Emotionen, wie ich es schon gerade erklärt habe, im limbischen System so stark sind, dass sie uns immer daran hindern, in Schrittchen weiterzugehen in die Selbstverantwortung. Das heißt, ganz, ganz viele Lichtarbeiter sind deshalb so unglücklich, weil sie am Ende ein unglückliches inneres Kind haben. Deshalb ist es so wichtig, dass gerade wir uns mit unseren inneren Kindern befassen, uns emotional reinigen, heilen, klären, die volle Verantwortung für unsere emotionale Fürsorge bewusst übernehmen, damit wir frei sind, in die Welt zu gehen und das zu tun, was wir zu tun haben. Und dann eben auch irgendwann Geld dafür zu verlangen, wenn wir spüren, wir können sonst nichts anderes machen. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geld mit irgendwas anderem zu verdienen, als mit Bücher schreiben, mit Lichtarbeit machen, mit Heilarbeit machen, mit Videos drehen, wobei damit verdiene ich dieses bisschen Werbung, dass ich davor schalte. Wenn überhaupt, oft schalte ich ja auch gar keine Werbung davor. Ich habe einfach keine Zeit dafür, noch irgendwas anderes zu tun, schlicht und ergreifend. Und ich habe auch niemanden, der mich sponsert. Das heißt, ich muss damit mein Geld verdienen, sonst kann ich es ganz einfach nicht tun. Also es muss miteinander verknüpft sein. Ich finde es nicht toll. Ich wünsche mir unfassbar häufig, ich hätte einen Sponsor, der mir einfach säckeweise Geld vor die Tür stellt, damit ich alles bezahlen kann, was ich hüte. Und das ist eine Menge, ja, eine Menge Tiere, ein Seminarzentrum, ich sponsere andere Menschen. Wir müssen viel Geld in die Hand kriegen, ihr Lieben, damit wir das Geld dahin geben können, wo es nach unserem Sinne gebraucht wird. Ja, das reicht nicht, wenn ich gerade irgendwie mein Brot kaufen kann. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und ihr merkt, da ist viel emotionale Ladung auch drin. Ich wünsche mir zutiefst, ich müsste nicht davon leben. Weil ich zwar versuche, alles so authentisch, so echt aus der Mitte heraus zu machen, wie es nur möglich ist. Aber natürlich weiß ich nie, ob da nicht doch ein Filter drin ist, der sagt, ja, aber ich muss es ja auch verkaufen. Ich kann es nicht wissen, das wüsste ich erst dann, wenn ich nicht mehr davon leben müsste. Ganz einfach, weil der Filter, davon leben zu müssen, unbewusst wirkt. Und den kriegst du nicht raus, solange du eben davon lebst. Ja, gleichzeitig bedeutet das, wir müssen uns mit den irdischen Themen befassen. Wir müssen auf die Straße gehen und sagen, hör mal zu, das biete ich dir an, nimm es oder lass es, aber das will ich dafür. Ja, ja, ich weiß schon, dass du mich deshalb nicht mehr magst. Ich weiß schon, dass dein inneres Kind sagt, aber Mama, schenk mir es doch. Ja, ja. Meine Lösung ist, ich mache ganz viele kostenfreie Angebote, wie Videos und so weiter. Ich mache niedrigschwellige Angebote, wie Kurse und natürlich sowieso meine Bücher, die ja alle, was weiß ich, zwischen 15 und 30 Euro kosten, Kartendecks und so weiter. Das will ich euch übrigens zeigen. Ich habe ein neues Kartendeck. Das will ich euch zeigen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, wäre auch schön, gell? Wäre auch schön, wenn ich es hier hätte. Hier, genau, zeige ich euch gleich. Und ich habe natürlich dann die Angebote, die Bücher schreibe ich, ja. Da gehe ich sehr in Vorkasse, weil ich fürs Schreiben kein Geld bekomme. Ich kriege da keine Vorschüsse. Und man weiß nie, wie viel sich das dann verkauft, ja. Was dann am Ende von übrig bleibt. Und mein Hauptgeld, also das Geld, wo ich dann wirklich sage, okay, davon, das muss alles tragen. Das sind die Seminare und das Einzel, die Einzelarbeit, ja. Ich bin sehr angegangen worden dafür. Irgendeiner von euch hat, fand mein Video, mein letztes Video für Engel, die die Schnauze voll haben, super toll, super toll. Und dann seid ihr, dann ist jemand auf meine Homepage gegangen und hat gesehen, was meine Coachings kosten. Und fand mich danach plötzlich ziemlich scheiße. Okay. Okay. Einzelarbeit mit mir ist das Intensivste, was du nur bekommen kannst, ja. Ich habe unfassbar viele Bücher geschrieben. Ich habe die Meditationen, die Arbeit mit dem inneren Kind, wie ich sie mache, entwickelt. Selbstverständlich nehme ich dafür vierstellige Summen, wenn du einzeln mit mir arbeiten möchtest. Natürlich. Weil irgendwoher muss das Geld dann wirklich auch reinfließen. Sonst kann ich das alles gar nicht tun. Das ist ja klar, ja. Also irgendwoher muss es ja kommen. Und das erzähle ich dir deshalb, weil du bitte die Erlaubnis hast. Alles, was es braucht, damit du deine Arbeit gut machen kannst, gehört in deine Verantwortung. Und bitte tue es auch, was immer das bedeutet, ja. So. Was ich euch zeigen möchte, ich habe ein neues Kartendeck. Nochmal zum Thema inneres Kind. Und in diesem Kartendeck, Glück und Liebe für dein inneres Kind, steckt alles, was ich über das innere Kind entwickelt habe. Da ist alles, 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 alles drin. Du kennst vielleicht von mir das Kartendeck, die Heilung des inneren Kindes, wo auch immer ich es jetzt habe. Das sind Botschaften des inneren Kindes. Das hier, und das mache ich jetzt mal mit euch. Das hier sind Therapiekarten. Therapie- und Coachingkarten. Das sind Karten, wo immer dann, wenn du irgendwie in einer komischen Situation bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht weißt, irgendwas ist mit mir, irgendwas ist doch mit mir. Ich komme nicht weiter. Wenn du dann eine Karte ziehst, kriegst du eine ganz klare Ansage von deinem inneren Kind. Also von mir über dein inneres Kind. Ich will dir gerade mal ein Beispiel ziehen. Nur jetzt wirklich mal als Beispiel. Aber für den einen oder anderen ist es mit Sicherheit auch stimmig. So, dein inneres Kind trägt die Lasten deiner Ahnen. Punkt. Das ist die Aussage. Und hinten habe ich dann aufgeschrieben, was dir hilft. Eine kleine Übung. Ich lese es dir gerade mal vor. Dein inneres Kind trägt die Lasten deiner Ahnen. Und vielleicht gilt es für dich. Das Thema ist jetzt zu mannigfaltig, habe ich das Gefühl, als dass mir da jetzt irgendwas zu einfallen würde. Das kann sich in allen Bereichen niederschlagen. Und dann habe ich dir hinten drauf geschrieben. Stell dir ein Lagerfeuer vor. Um es herum sitzen deine Ahnen, für die dein inneres Kind Lasten trägt. Ruf dein inneres Kind zu dir ans Feuer und bitte es, dir alles Schwere zu geben. Wirf die Lasten ins Feuer. Dann bitte alle Ahnen, den Ballast, den sie noch tragen, ebenfalls den Flammen zu überlassen. Alles Dunkle und Schwere verbrennt im Feuer. Und sowohl dein inneres Kind als auch deine Ahnen sind jetzt davon befreit. Das kann man natürlich auch in einer halbstündigen Meditation machen. Aber ich habe da hinten nur 450 Zeichen gekriegt. Dieses Kartendeck dient dazu, dass du, wenn du mit Klienten arbeitest, einfach deinen Klienten ziehen lässt. Und dann weißt du, was mit deinem inneren Kind los ist. Dein inneres Kind fühlt sich verloren. Und hinten drauf steht dann, was kannst du da machen. Also ich habe hier wirklich alle inneren Kindthemen, die du nur so haben kannst, immerhin 40 Stück, aufgeschrieben mit jeweils da hinten. Was macht man denn dann? Ganz klar, ohne Umschweife, ohne Sentimentalität. Wirklich ganz direkt, bam, ins Gesicht. Ich weiß, aber es ist ein Therapiekartenset. Dein inneres Kind fühlt sich unerwünscht. Punkt. Und hinten steht, was machst du da? Also diese Karten dienen wirklich der inneren Arbeit natürlich für dich selber. Sind keine Botschaften, die dich mit irgendwas Tollem verbinden. Das hier sind ganz klare Botschaften aus dem verletzten inneren Kind an dich. Wenn du nicht weißt, was ist denn gerade mit mir los, dann zieh eine Karte oder zwei. Und hinten drauf steht dann, was dir hilft. Hier. Liebe und Glück für dein inneres Kind. Der Verlag muss immer Liebe und Glück vorne drauf schreiben, damit es positiv klingt. Ja, ich hätte es genannt. Dein inneres Kind in Not, was dir hilft. Das verkauft sich aber nicht so. Macht ja auch nichts. Ist ja wurscht. Ich habe es euch ja jetzt erklärt. Also vor allem auch für die Arbeit mit anderen, bitte. Nutzt das, bitte. Ich habe so viel innere Kindarbeit kreiert und entwickelt, die euch hilft, mit anderen zu arbeiten. Bitte, bitte, bitte nutzt das. Also, auch Engel haben innere Kinder. Das heißt, ganz, ganz häufig sind vielleicht innere Anteile von dir verletzt, fühlen sich hier auf der Erde nicht wohl, nicht sicher, nicht geborgen. Und in Wirklichkeit sind es deine inneren Kinder. Und warum ist es so wichtig? Wenn wir das Menschsein nicht meistern, und es läuft eben über die Heilung des inneren Kindes, das Menschsein zu meistern. Wenn wir das Menschsein nicht meistern, können wir den Himmel nicht auf Erden verkörpern. Wir können ihn immer wieder nach unten holen, aber jetzt sind wir in 5D. Jetzt geht es darum, den Himmel auf Erden zu verkörpern und es glitzert nicht. Das ist total unspektakulär. Das ist einfach irgendwie endlich mal ruhig, endlich mal friedlich, gelassen, entspannt. Eben nicht mehr so angetrieben und so glitzernd und so guckt mich an und seht mich. Und hier habe ich das und hier habe ich das. Und wenn du das machst, dann wird das toll. Kümmere dich um die Elemente. Meine Aufgabe ist es halt nun mal ganz insbesondere, das Element Wasser zu befrieden. Und dann arbeitest du mit dir selbst und handelst aus der Mitte heraus, vollkommen ohne Drama. Einfach so. Dann müssen wir nichts mehr beweisen, wir müssen nichts mehr verkörpern. Es war ganz wichtig, alles zu verkörpern. Unsere Wünsche in Fülle auf die Erde zu bringen. Wofür war das wichtig? Damit wir reifen, damit wir die volle Verantwortung für alles übernehmen. Damit sich unsere Gehirnteile optimal miteinander vernetzen. Dafür war das wichtig. Unterm Strich ist es aber vollkommen unwichtig. Ob du mit einem Glitzerkleid durch die Welt läufst oder in der Jogginghose, ist für dein Engeldasein, für deine Lichtarbeit vollkommen egal, wenn du in deiner Mitte angekommen bist. Es ist absolut nicht egal, wenn du dich nicht traust, ein Glitzerkleid anzuziehen. Wenn du dich nicht traust, in deiner Strahlkraft sichtbar zu sein, dann gehört es zu dem, was du bitte unbedingt für dich lernen darfst. Es geht nicht darum, sich vorm Ausdruck zu drücken. Aber wenn du dann den Ausdruck meisterst, wird es auf einmal völlig egal. Das spüre ich so und das spüren viele. Das geht aber erst, wenn wir hier alles gemeistert haben. Sonst ist es ein Vermeiden. Sonst ist es ein, naja, es wird ja sowieso nichts. So ist es nicht gemeint. So ist es nicht gemeint. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Vernünftiges sagen. Kümmere dich um dein inneres Kind. Je lichtvoller du arbeitest, desto wichtiger ist es, dass deine Emotionen befriedet sind, dass dein verletztes inneres Kind, das immer noch danach schreit, sieht mich denn keiner, bei dir in Sicherheit ist. Da habe ich wirklich jede Menge zu gemacht. Online-Kurse, keine Ahnung was alles. Ich verlinke euch einfach mal einen Online-Kurs dazu. Nein, ich will ihn dir nicht verkaufen, sondern ich biete ihn dir an. Ja, meine Güte. Weil er dir hoffentlich hilft. Deshalb mache ich ja den ganzen Kram. Ich will uns Engeln ja helfen, hier auf der Erde zu helfen. Okay. Ich freue mich mega über eure Kommentare. Ich beantworte gerne Fragen. Wenn du ein bisschen mehr von mir haben willst, dann komm bitte in die Kristallquelle oder in die Kristallquelle Gold oder in die Diamantquelle. Du kriegst überall den gleichen Content. Das sind nur verschiedene Bezahlstufen. Für die, die Lust haben, die sagen, ich möchte es gerne ein bisschen sponsern, dann komm in die Diamantquelle. Für die, die sagen, nee, meine Liebe, 9,99 Euro ist bei Gott genug, dann komm in die Kristallquelle. Da halte ich die Energie und da gibt es viele Meditationen. Und immer mal auch in live und so weiter. Also ich bin da, ich bin verfügbar. Ich will für euch da sein. Ich will für mich da sein. Ich will für uns alle da sein. Ich bin da. Ich bin präsent. Ich bin berührbar. Ich bin da. So. Und jetzt bin ich gleich nicht mehr da. Für einen Moment. Ich hoffe, euch irgendwie geholfen, irgendwie gedient zu haben. Kümmert euch um euch selber, Lichtarbeiter. Kümmert euch um euch selber. Ich sage es nochmal. Du bist der Mensch, den du als Kind so sehr gebraucht hast. Und du bist der Mensch, der den Engel, der du bist, der den Lichtarbeiter, der du bist, am aller dringendsten brauchst. Wir sind unsere eigenen Übungsobjekte. Das, was wir am dringendsten selber brauchen, das ist das, was wir entwickeln müssen für andere. Aber natürlich auch für uns selbst. Du bist der Mensch, der den Engel, der du bist, am allermeisten braucht. Bitte. Kümmert dich um dich. Da, wo es wehtut, da brauchst du dich am allermeisten. Aber nicht den Engel, sondern die Mama, den Papa, den Menschen. Okay, ihr Lieben? Da lasse ich es jetzt erstmal stehen. Bis ganz bald.